Im Jahr 2021 beteiligte sich das Belvedere an der Initiative 17x17, wobei sich das Belvedere auf sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen konzentrierte. Während bei der Aktion Wasser als knapper werdende und daher kostbare Ressource im Mittelpunkt stand, spielt es als Element, Inspiration, Motiv und Medium nicht nur bei Werken der Sammlung, sondern auch in den Gebäuden und auf dem Areal des Belvedere eine wichtige Rolle. Einige an der Ausstellung beteiligten KünstlerInnen greifen die flüssige Eigenschaft des Wassers auf, wenn sie sich auf unterschiedliche Weise mit Identität beschäftigen und auf deren Fluidät verweisen.